Als ich jung war, haben wir mit Begeisterung gesungen, ein Haus vor Glorie schauert, weit über alle Land. Und Gordini hat gesagt, die Kirche erwacht in den Seelen. Und heute, wenn man katholisch ist, muss man Kopf einziehen. Wir sind also wirklich die verlassene Truppe. Und das trifft natürlich alle Gläubigen auch. Und es ist verkehrt, es ist verkehrt. Und diejenigen, die heute die Kirche so kritisieren, haben ja eigentlich all das, was sie von Glauben haben, nur weil es Kirche gibt. Wenn die Kirche nicht durch die Jahrhunderte hin die Tradition des Wortes Gottes bewahrt hätte, dann gäbe es das Wort Gottes nicht.